Ich freue mich, dass wir heute einen Gast haben, einen Referent haben, der wahrscheinlich mit zu denen zählt, die am profundesten genau zu dem Thema, um das es heute geht, Auskunft geben kann. Ich begrüße ganz herzlich Robert Andreas. Herr Andreas, Sie sind Journalist. Sie sind seit Jahrzehnten, kann man eigentlich schon fast sagen, dem Thema Rechtsextremismus beschäftigt. Sie sind, glaube ich, der beste Kenner der Szene hier in Bayern, aber auch darüber hinaus. Ich weiß, dass Sie an den meisten Terminen des Prozesses teilgenommen haben und auch an den Untersuchungsausschüsse. Also wenn es jemanden gibt, den man einladen kann zu dem Thema, dann sind Sie. Ich möchte ganz herzlich bei Ihnen danken, dass Sie heute Abend da sind, dass Sie so kurzfristig für Thies Maasen eingesprungen sind. Ich bin ganz sicher, dass wir eine sehr, sehr interessante Vorlage haben. Ich freue mich schon auf das Gespräch mit Ihnen danach. Ganz herzlich willkommen erst mal. Ja, recht herzlichen Dank. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Das Thema ist riesengroß und ich muss es irgendwie komprimieren. Also ich hoffe, ich kann anreisen, um was es komplex Aufklärung oder nicht Aufklärung zum Thema NSU geht heute, zwölf Jahre nach seiner Selbstenttarnung. Ich will zurückblenden, nicht um Sie zu langweilen, sondern weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass heute auch, insbesondere vielleicht auch für eine jüngere Generation, das weit weg ist. Dass Menschen geboren wurden nach den Taten des NSU, dass jetzt auch schon der Prozess einige Jahre zurückliegt und dass wir uns am besten den Fragen, die sich stellen, nähern, wenn wir nochmal zurückblenden. Ich habe aber nur einzelne Punkte ausgewählt in der Rückblendung als ein subjektiver Rückblick. Und fange mal mit dem Jahr 1992 an. 1992 mehrere hundert Brandanschläge der Neonazi-Szene und rassistischer Bürgerinnen und Bürger führen dazu, dass die Bundesregierung das Recht auf Asyl im deutschen Grundgesetz massiv einschränkt und die extreme Rechte lernt. Ausgerechnet mit Mord und Totschlag und Brandanschlägen können wir den größten Erfolg, politischen Erfolg gewissermaßen erreichen, auch wenn wir gar keine parlamentarische Macht haben, quasi Regierungsbeteiligung oder Koalition. Und das ist eine Auswirkung, die auf die extreme Rechte zurückwirkt, die sich nochmal radikalisiert. Und vor diesem Hintergrund müssen wir dann auch die Organisierungen von Neonazis in Thüringen beispielsweise oder Sachsen oder Bayern betrachten, aus denen dann der nationalsozialistische Untergrund hervorgegangen ist. Ich habe noch einen Termin ausgewählt. 1996 am 26. September besuchen Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Ralf Vohleben, aber auch andere Neonazis aus dem Umfeld des NSU, den Prozess gegen den Rechtsterroristen Manfred Röder in Erfurt. Wir merken, Generationen von Neonazis beeinflussen sich gegenseitig. Rechtsterroristen hinterlassen ein Erbe, an dem sich jüngere Generationen orientieren. Es wird ein Wissen transferiert. Wie begeht man überhaupt Anschläge? Wie ein militärisches Wissen? Es werden Waffen weitergegeben und Kenntnisse. Und es wird auch eine ideologische Kontinuität gesucht, wo sich einzelne Rechtsterroristinnen und Rechtsterroristen auf vorherige Taten und Täter und Täterinnen beziehen. Ein anderer Termin, 26. Januar 1998, der Moment, in dem bei einer Garagendurchsuchung einer von Beate Zschäpe angemieteten Garage in Jena Rohrbomben gefunden werden, ist der Tag, von dem an Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe sich der Strafverfolgung entziehen und zunächst nach Chemnitz, später nach Zwickau umziehen und unter den falschen Identitäten leben und terroristische Mordserie beginnen. Anderes Datum, Frühjahr 1998, im Magazin des internationalen Neonazienetzwerks von Blatt & Honor, sächsische Sektion, schreibt Uwe Mundlos einen Artikel, Wer nicht bereit ist, sich aktiv am Kampf und der Bewegung zu beteiligen, der unterstützt passiv alles, was sich gegen unser Volk und unser Land und unsere Bewegung richtet. Ein Aufruf zum radikalen Kampf und ein Zeichen dafür, dass das Trio, das in der Öffentlichkeit oder bei den Behörden den NSU ausmacht, also drei Leute allein, mitnichten abgekapselt sind, mitnichten abgeschottet sind, sondern in Kontakt zur Szene, Kontakt zu denjenigen Neonazienetzwerken, aus denen sie stammen und von denen sie unterstützt werden, halten. Bei ihrer Flucht hinterlassen sie eine Liste von Neonazis aus süddeutschen Städten. Die sind nach Städten sortiert, also nicht nach Namen wie in einem Telefonbuch. Eine sogenannte Garagenliste, offensichtlich Unterstützerinnen und Unterstützer, auf die im Fall einer Flucht zurückgegriffen wird. Leider, und das gehört zu den Ungereimtheiten der NSU-Ermittlungen, wird diese Liste nicht ausgewertet. Mit der passiert nichts, obwohl die Neonazis des NSU am Anfang tatsächlich bei den hier aufgelisteten Personen Unterschlupf finden. Und da sehen wir, es sind auch eine ganze Reihe Adressen, Institutionen, Einrichtungen und Neonazis aus Bayern verzeichnet, sodass wir jetzt schon sagen können, ab dem Moment lohnt die Betrachtung von Netzwerken, Neonazistischen Netzwerken und nicht nur die Betrachtung der abgetauchten Treiben. 1999 besingt die neonazistische Band Eichenlaub das Untertauchen des Trios im Januar 1998 im Lied 5. Februar. Wieder so ein Hinweis, dass es sich mitnichten um konspiratives Abtauchen handelt, dass es mitnichten eine Trennung zwischen dem NSU und der Neonazis-Szene gibt, sondern dass es einen Bekanntheitsgrad gibt und dass die Öffentlichkeit eigentlich auch durchaus wahrnimmt, dass die prominenten Neonazis quasi noch in Kontakt zur Szene stehen. Und dann gibt es einen Bombenattentat am 23. Juni 1999, das nicht die erste Bombenaktion des NSU, aber das erste Bombenattentat nach dem Abtauchen in der Gaststätte Sonnenschein in Nürnberg, die gerade von einem türkei-stämmigen Pächter übernommen wurde, explodiert zu einer Taschenlampe umgearbeiteten Rohrbombe. Die ist abgestellt auf der Toilette des Lokals des jungen Mannes und als er beim Putzen sie findet, drückt er auf die Taschenlampe, sie explodiert. Er wird mittelschwer verletzt. Und dieses Attentat geht völlig unter. Als seien Bombenattentate in Bayern häufig, werden die Ermittlungen zu diesem Attentat, die eh nur in direkten Umgebungen des Verletzten geführt werden, eingestellt. Und selbst nach der Selbstenttarnung des NSU 2011, wo eigentlich die Polizeibehörden aufgefordert sind, passende Taten in ihren Archiven und Registern zu recherchieren, findet das nicht statt. Wir wissen von diesem Attentat nur, weil im NSU-Prozess der Angeklagte Carsten S., der Einzige, der eine halbwegs nachvollziehbare Aussage gemacht hat, auf dieses Attentat zu sprechen kommt. Und eine Journalistenkollegin im Archiv der Nürnberger Nachrichten eben auf eine Berichterstattung zu diesem Attentat stößen. Dieses Attentat, kann ich auch vorgreifen, ist nicht mehr in die Anklageschrift des NSU-Prozesses vor dem Oberlandesgericht in München aufgenommen worden. Und das ist mit ein Grund, warum es jetzt aktuell einen NSU-Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag gibt. Das ist ja quasi ein völlig unbearbeitetes Thema. Also hier hat nie ein Opfer Gerechtigkeit erfahren. Hier hat es nie eine öffentliche Beschäftigung gegeben mit diesem Attentat. Und es ist natürlich, stellt sich die Frage, wer hat denn die zur Taschenlampe umgebaute Rohrbombe dort abgestellt? Und wie konnten Neonazis aus Jena bzw. Chemnitz wissen von der Neueröffnung dieser Gaststätte in Nürnberg, ist es nicht viel eher denkbar, dass die Nürnberger Neonaziszene hier einen Tipp abgegeben hat. Insbesondere, wenn man weiß, dass im Haus und in der Gegend bekannte Mitglieder der Nürnberger Neonaziszene gewohnt haben. Ich habe ein anderes Datum ausgewählt in unserem Rückblick auf die Aktivitäten des Nationalsozialistischen Untergrunds vom Mai 2000 und Berlin. In Berlin erkennt ein Mitarbeiter der Polizei, der zum Objektschutz an der Synagoge Rieckestraße eingeteilt ist, dass die Synagoge ausgespäht wird, und zwar von Beate Zschäpe und mehreren bekannten Berliner Neonazis. Er meldet das sofort dem LKA in Thüringen. Und das ist auch eine Ungereimtheit. Darauf passiert nicht viel. Das hat kaum Konsequenzen. Die Meldung des Polizisten, der sich deswegen sicher ist, dass er da gerade Beate Zschäpe gesehen hat, weil er am selben Tag einen Fernsehbeitrag über das Abtauchen der Thüringer 3 gesehen hat. Also was Besseres kann eigentlich nicht passieren. Ein Polizist entdeckt Beate Zschäpe und es passiert nicht viel. Ich habe es deswegen ausgewählt, weil wir sehen, es gibt Tatortausstehungen, bei denen es nicht zu Attentaten gekommen ist. Wir können uns überlegen, ob offensichtlich auch ein Attentat auf eine jüdische Einrichtung hier in Synagoge Rieckestraße geplant war und später verworfen wegen zu starkem Objektschutz. Und wir merken, da war Beate Zschäpe aber mit anderen. Also da zerbröselt dieses Konstrukt vom Trio, sondern da merken wir, wie Mitglieder des militanten Neonazienetzwerks von Platten Honor aus Berlin mit einbezogen werden in die Aktivitäten. Und dann erster Mord des NSU am 9. September 2000 in Nürnberg am Blumenhändler Enver Schimschek, wo wir auch nicht wissen, wer den Tatort entdeckt, erkannt, berichtet, ausspioniert hat. Und am 19. Januar 2001 habe ich ausgewählt ein sehr oft vergessener Bombenanschlag des NSU in Köln in der Propsteigasse. Abstelldatum einer Rohrbombe schon irgendwann im Dezember des Vorjahres und als diese in der Keksdose versteckte Bombe gefunden wird und die Mitarbeiterin oder Familienangehörige das öffnet, da wird sie durch den explodierenden Sprengsatz sehr, sehr schwer verletzt. 29. August 2001 Mordangemüsehändler Habel Kilitsch in München. Da merken wir, das Ganze ist ein bayerisches Thema. Wir haben diesen Schwerpunkt Bayern, der bisher nicht geklärt werden konnte in den Ermittlungen und der natürlich auch nachdenken lässt über besondere Beziehungen des NSU zur bayerischen Neonazi-Szene, insbesondere in den Tatortstädten Nürnberg und München. Nürnberg, nächster Mord, 13. Juni, an Abdurahim Özodoro. Abdurahim Özodoro arbeitet bei Diel als Techniker und nur wenige Nachbarinnen und Nachbarn wissen, dass er die Schneiderei seiner früheren Ehefrau so nebenberuflich weiterführt, dass man ihm Änderungsausträge vorbeibringen kann. Das ist von außen am Laden nicht zu erkennen und es stellt sich wieder die Frage, wer hat diesen abgelegenen Tatort ausrecherchiert, warum kommen Neonazis aus Chemnitz nach Nürnberg, um an dieser Stelle einen Mord zu begehen. Migrantisch geführte Geschäfte gibt es auch auf dem Weg von Chemnitz nach Nürnberg, viele, viele viel besser zu erkennen, sodass wir nach wie vor der Frage nachgehen müssen, wer hat denn da lokal mitgewählt? Dasselbe gilt natürlich auch für den Mord an Süleyman Taschkepri in Hamburg. Nur wenig später, und da habe ich noch eine Aussage eines Polizisten vor dem Bundestagsuntersuchungsausschuss zum NSU mitgebracht, Zitat, er war das, was wir beim LKA einen ganz normalen türkischen Mann genannt haben, leidenschaftlich, sehr energisch und dominant im Wesen und das führt uns dahin, was das Ermittlungsdesaster in Sachen NSU über viele Jahre gekennzeichnet hat, institutionalisierten Rassismus, Arbeitsroutinen, die rassistisch geprägt sind, wo man sich quasi sicher war, hat man einen ermordeten Migranten und Migrantin vor sich liegen, dann muss dessen Milieu, wie es rassistisch hieß, dessen privates Umfeld zwingend mit der Tat in Verbindung stehen. Man konnte sich trotz der Gewaltgeschichte des deutschen Rechtsextremismus, trotz der Gewaltgeschichte des deutschen Rechtsterrors nichts anderes vorstellen. Und das führt uns zu der Frage, wie sieht es heute aus, zwölf Jahre später. Es ist einiges verändert worden, formal. Es gibt eine Menge Änderungen der Dienstvorschriften der deutschen Polizei beispielsweise, aber hat wirklich ein Umdenken stattgefunden, sind die Behörden heute von einem anderen Charakter durchzogen als damals. Das wären auch Themen für parlamentarische und gesellschaftliche Aufklärung. Kommt jetzt im Bayerischen Untersuchungsausschuss sehr zu kurz, ganz im Gegenteil. Da erfahren Sie eigentlich, dass einfach auch aus den Zwischentönen der aussagenden Polizisten und Polizistinnen, dass sich da wenig verändert haben dürfte, meiner Meinung nach. Ein anderes Zitat, was es noch mal unterstreicht. Hamburger Polizist über die Vernehmung des Vaters von Suleyman Taskebri. Zitat, wir haben ein ausführliches Vorgespräch geführt, wobei es inhaltlich darum ging, dem Zeugen die Hintergründe der Vernehmung zu erläutern, um möglicherweise vorhandene ethnische Barrikaden zu minimieren. Auch da haben wir wieder die rassistische Aussage. Das hat eben halt verhindert, in die richtige Richtung zu ermitteln und die Mordserie zu stoppen. Das hat einfach noch vielen Menschen das Leben gekostet. Diese Einstellung, dass in migrantischen Familien Vorurteile gegen die Polizei gäbe, das Gegenteil war ja richtig, obwohl sich in den betroffenen Communities sehr viele sicher waren, dass es sich um eine rassistische Mordserie handelt und nicht nur rassistische Tat in Betracht kommt, haben sie, weil ihr Vertrauen in die deutsche Polizei gerade so hoch war, diese Bedenken hinten angestellt. Er hat Familien zerrissen aufgrund dem Glauben an die deutsche Polizei, dass deren Behauptungen von Mafia und Kriminalität schon irgendwie stimmen mögen. Und auch 2002 wendet sich der NSU mit einem Brief an Mitglieder der deutschen Naziszene per Post. Auch unglaubwürdig, da Sicherheitsbehörden in Deutschland diesen Brief nie bekommen und gelesen haben. Sehr unglaubwürdig im damaligen Zeitalter der Briefpost Überwachung zentraler neonazistischer Institutionen. Und da rief der NSU andere Neonazis dazu auf, ihrerseits militante Zellen zu bilden und loszuschlagen. Da sehen wir auch schon das Logo, das der NSU später im Bekenner Video verwandt hat. Also auch hier wieder alles andere als eine Abschottung. Und hier erkennen wir auch die Funktionen des Rechtsterrors, in eine Szene hineinzusprechen, hineinzuwirken, Nachahmerinnen und Nachahmer zu finden. Und noch bekannter wurde der Gruß an den NSU, der im Neonazifansein der Weiße Wolf, eine Zeitschrift, die früher aus Bayern stammte, dann aus Mecklenburg-Vorpommern herausgegeben wurde, erschienen ist im Jahr 2002. Da heißt es im Vorwort, das ist sogar nochmal grafisch abgesetzt, vielen Dank an den NSU, es hat Früchte getragen, der Kampf geht weiter. Der Hintergrund ist, dass der NSU nach Jahren, in denen er aus der Szene unterstützt wurde, offensichtlich Geld aus Bankrauben und anderen Raubstraftaten an die Szene zurückgegeben hat, teilweise bis zu 2500 Euro pro Brief und ihn zusammen mit diesem Brief im gezeigten NSU-Brief verschickt hat. 25. Februar 2004, Rostock, Mord an Mehmet Tschurgut in seinem Dönergeschäft ein, die Polizei ermittelt, weil ja alle diese Morde mit der Signaturwaffe Czeska 765 begangen werden, das BK ermittelt, wo diese Waffe herkommt. Eine Besonderheit in dieser Mordserie, dass es keine illegale unbekannte Waffe ist, sondern eine Waffe, die ursprünglich legal verkauft wurde in der Schweiz. Das schafft das BK auch zu ermitteln, aber dann hört es auf. Man fragt in der Schweiz nur nach einem türkischen Käufer, also einem Mann mit einem türkischen Namen, da da keiner gemeldet wird, geht der eigentliche Käufer, Peter Anton G., den deutschen Namen trägt, also deutschklingenderen Namen, als Käufer einfach mal so durch. Man wäre mit ihm, über ihn wahrscheinlich schon sehr schnell, so wie nach 2011, dann auch auf Mitglieder der Thüringer Neonaziszene gekommen, in dem seine Waffe landete. Die damalige Neonaziszene unterhält sich, macht Propaganda, ist ja noch vor dem Social-Media-Zeitalter mit Heftchen wie dem Neonazi-Blatt der Lanzer aus Nürnberg. Da wird die Parole, die der NSU später im Bekennervideo verwendet, mehr als Worte zählen, die Taten auch gebraucht und in einer Ausgabe aus dem selben Jahr werden nicht nur die Neonazis aus Nürnberg gegrüßt im eigenen Heft oder auch aus Sachsen und Thüringen, sondern auch Untergrundkämpfer, wo man sich schon fragen muss, ob damit nicht genau der NSU gemeint ist. Der im Juni 2004 in Köln Nagelbombenanschlag in der Keufstraße begeht, der 22 Menschen schwer verletzt. Das ist ja eine der Taten, bei denen es eklatant wird, dass das Nichterkennen rechter Taten vor allem daran liegt, rechte Tatmotive systematisch ausgeblendet werden, dass Aussagen der Betroffenen, die allesamt auf die rechte Szene hinweisen, also quasi ausgeblendet werden, zum Schweigen gebracht werden. Ein Betroffener des Nagelbombenanschlags hat in seiner Aussage gesagt, es ist klar, wer das war, Neonazis. Der Polizist habe daraufhin seinen Zeigefinger zu seinem Mund geführt und gedeutet, dass er schweigen solle. Er hat gesagt, dass er sowas nicht sagen soll. Und Zitat hier, da habe ich Angst bekommen und habe dann nicht noch mal drüber gesprochen. Ein anderer Betroffener erzählte, dass er den Täter, einen der Täter, die die Bombe abgestellt haben, gesehen habe, mit einem Käppi auf dem Kopf, ungefähr 81 Meter groß, vom Typ leicht blond und die Polizei fragte, kann es nicht eine dunklerige Person gewesen sein. Also die rassistische Arbeitshypothese, der institutionalisierte Rassismus, vielleicht auch der Rassismus der einzelnen Polizeibeamtinnen hat das Erkennen der Mordmotive und der rassistischen Mordserie verhindert. Was heißt, dass einfach noch Leute sterben mussten? 9. Juni 2005, Mord an Ismail Jascha in Nürnberg. Zeuginnen und Zeugen geben Männer auf Fahrrädern an, ähnlich wie in Köln der Kolbstraße, ähnlich wie beim Mord an Ismail Jascha in Nürnberg, ähnlich wie beim Mord an Habel Kilitsch in München. Aber trotzdem kommt es noch zum Mord an Theo Bulgaridis in seinem Laden in München, Herr Trappentreustraße. Den Laden richtet er gerade erst ein, der es weder im Branchenbuch noch im Internet zu dem Zeitpunkt verzeichnet. Draußen steht nur Schlüsselwerk mit dem urdeutsch klingenden Namen seines Mitarbeiters, ist wieder so ein Fall. Warum recherchiert der NSU in München allein 80 Tatorte aus und begeht dann den Mord an einem Tatort, den er nicht vorher ausrecherchiert hat? Das ist eine der offenen Fragen. Wer hat Theo Bulgaridis in diesem Laden gesehen? Wer wusste von der Öffnung dieses Ladens? Der natürlich geschickt liegt, wenn man am mittleren Ring schnell abhauen mag, das kennzeichnet durchaus die Tatorte. 4. April 2006 Mord an Mehmet Kubaschik in Dortmund. Es existiert eine handschriftliche Recherche über den Kiosk, das später beim NSU gefunden wird. Und haben weder Uwe Mundlos, Uwe Böhnert noch Beate Zschäpik geschrieben, einem handschriftlichen Gutachten zufolge. Auch hier sehen wir, da rennen Neonazis rum bis Also da muss man damit rechnen, dass Tatbeteiligte völlig unsanktioniert, unbestraft sind, was natürlich auch ein Riesensicherheitsrisiko bedeutet. Sie können ja jederzeit weitermachen. Das Ganze ist nicht nur ein Problem der Behörden, sondern der Gesellschaft insgesamt. Auch unsere rassistische Voreingenommenheit führt dazu, dass wir die Mordsehe nicht als die erkennen, die sie ist. Aber es ist natürlich auch ein Medienproblem, denn die Medien hinterfragen die von den Polizei vorgetragene rassistischen Theorien in keinster Weise, sondern dramatisieren sie noch, erfinden Begriffe wie Dönermorde und führen eigentlich eher noch zu einer Verstärkung dieser rassistischen Grundstimmung. Simia Simsek, die Tochter des ermordeten Enver Simsek hat im Buch Schmerzliche Heimat Deutschland und der Mord an meinen Vater herausgegeben und da schreibt sie über ihr Treffen mit Gamze Kubaschik, der Tochter des ermordeten Mehmet Kubaschik. Wir beschlossen nicht mehr länger zu schweigen, sondern an die Öffentlichkeit zu gehen. Wir gaben ein Fernsehinterview vor Wut, dass nichts passierte, dass die Angehörigen nur mit den ewig gleichen Verdächtigungen traktiert wurden, dass der Möglichkeit der Ausländerfeindlichkeit nie nachgegangen wurde. Neun Menschen sterben und sie haben nur eine einzige Verbindung. Alle sind Migranten, führten türkische oder griechische Geschäfte oder arbeiteten dort. Das war 2006, fünf Jahre bevor die Wahrheit herauskam. Eine Woche später, Kassel-Mord an Internetcafé-Betreiber Halit Yozgat. Das ist der Mord, der hier in der Begrüßung schon erwähnt wurde, bei dem der Verfassungsschutzmitarbeiter Andreas Temme am Tatort ist, der unter Mordverdacht gerät, aber der zur Aufklärung nichts beiträgt und bis heute viele Fragen offen lässt. Im Buch von Barbara Jeroen, die den Hinterbliebenen und Betroffenen viel Platz eingeräumt hat, unsere Wunden kann die Zeit nicht heilen, was der NSU-Terror für die Opfer und Angehörigen bedeutet, heißt es, als wir von dem Mord hörten, an Halit Yozgat, konnten wir zunächst nichts damit anfangen, wir konnten es einfach nicht glauben. Wir hatten zwar so eine Ahnung, dass es Rechtsextreme gewesen sein könnten, aber der Gedanke, dass es mit unserer ethnischen Herkunft zu tun haben sollte, war unerträglich. Wir sagten zueinander, das bilden wir uns nur ein, das kann nicht sein, wir sind doch in Deutschland. Das hätte unser ganzes Bild von Deutschland, an das wir geglaubt haben, auf den Kopf gestellt. Die Betroffenen organisieren zwei Demonstrationen. Auf einem Schweigemarsch, kein zehntes Opfer, fordern sie in Kassel Ermittlungen. 4.000 Menschen vor allem aus migrantischen Communities nehmen teil und es gibt eine entsprechende Demo auch noch in Dortmund, wo Angehörige und Freundinnen ermordeten mit Kubaschik auf einem Schweigemarsch ebenfalls fordern, kein zehntes Opfer. Also wir haben jetzt Säulen, es bilden sich Säulen raus, mit denen wir über den NSU-Komplex sprechen müssen und in denen wir dann heute natürlich auch nachdenken müssen, hat sich was geändert, sind Konsequenzen gezogen worden. Also sieht es heute anders aus. Das eine ist, dass die Mordserie des NSU auf Rassismus basiert. Rassismus hat die Täterinnen und Täter motiviert, diese Morde zu begehen. Rassismus hat die Opferauswahl vorgegeben und Rassismus war der Grund dafür, dass sie nicht während die Tatserie anhielt, aufgeklärt wurde und gestoppt wurde. Und Rassismus war natürlich auch die Ursache, dass wir uns nicht dafür interessiert haben, was in diesem Land eigentlich passiert, dass ein sogenanntes Phantom Migrantinnen und Migranten bedroht oder gar ermordet. Die Bahnwirtn-Märkische Polizei erstellt eine operative Fallanalyse 2007, in der es heißt, aufgrund der Tatsache, dass man neun türkischsprachige Opfer hat, sei nicht auszuschließen, dass die Täter über die türkische Sprache den Bezug zu den Opfern hergestellt haben und die Täter demzufolge ebenfalls einen Bezug dieser Strache haben. Auch spricht der die Gruppe prägende Ehrenkodex eher für eine Gruppierung im Ost- beziehungsweise südosteuropäischen Raum, jedenfalls nicht europäisch-westlicher Hintergrund. Eine bizarre Spekulation, die natürlich nur auf Rassismus beruht, abgesehen davon, dass Theo Bulgarides gar kein türkischsprachiges Opfer ist. Und es geht dann auch weiter. Vor dem Hintergrund heißt es von der Polizei Bahn Württemberg, dass die Tötung von Menschen in unserem Kulturraum mit einem hohen Tabu belegt ist, ist abzuleiten, dass der Täter hinsichtlich seines Verhaltenssystems weit außerhalb des hiesigen Normen- und Wertesystems verortet ist. Das war eine bizarre Unverschämtheit in einem Land, das der Shoah und der Vernichtungskrieg zu verantworten hat. Aber das kennzeichnete eben das polizeiliche Vorgehen damals. Das hat das ganze Desaster eingebrockt und dann natürlich auch dazu geführt, dass noch ein Mensch ermordet wurde, Michelle Kiesewetter, die Polizistin in Heilbronn und ihr Kollege Martin A. schwer verletzt wurde. Also wir müssen über diese Säule Rassismus reden und was sich da geändert hat, heute, wenn wir über kritische Aufklärung reden. Wir müssen über Neonazi-Szene allgemein reden, denn die hört nicht auf, genau, doch zu erkennen, wem die Taten gelten. Der Neonazi Daniel Giese veröffentlicht, auf seiner Platte Adolf Hitler lebt das Lied vom Döner-Killer, der umhergeht und Migranten ermordet. Also die Nazi-Szene versteht schon der Spiegel noch nicht. Da erscheinen selbst wenige Monate vor der Selbstenttarnung des NSU Artikel wie düstere Parallelwelt, Spur zur Wettmafia und so weiter. Die deutschen Medien haben da also auch was aufzuarbeiten. Und dann kommt der 4. November 2011 das dürfte Ihnen noch bekannt sein. Infolge des Banküberfalls von Eisenach werden wird ein Zeuge aufmerksam auf die Täter und ein von ihnen verwendetes Wohnmobil, das später von der Polizei in Eisenach-Streckda entdeckt wird und Uwe Mundlos und Uwe Böhnaert begehen Suizid, setzen das Wohnmobil in Brandt, aber auch in Zwickau in der Frühlingsstraße in der von Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnaert genutzten Wohnung. Dann kommt es durch die Brandlegung von Beate Zschäpe zu der großen Explosion. Beate Zschäpe wirft die Bekenner-Videos, die vorbereiteten DVDs ein. Mindestens 16 werden in Deutschland verschickt. Andere werden im Wohnmobil oder im Brandschutt der Zwickauer Wohnung gefunden. Und am 8. November stellt sich Beate Zschäpe der Polizei und der Bundesrepublik oder die Welt schockiert über das, was jetzt bekannt wird, dass die Mordserie einen neonazistisch- rassistischen Hintergrund hat. Im Bekennerinnen-Video sind zahlreiche Lokalzeitungsausrisse aus bayerischen Zeitungen verwandt, wo auch sich die Frage stellt, wer hat die eigentlich gesammelt und wer wusste eigentlich, wo man die hinschicken muss. Die gab es jetzt wirklich nicht in Chemnitz zu kaufen. Und in dem Video heißt es, der nationalsozialistische Untergrund ist ein Netzwerk von Kameraden mit dem Grundsatz Taten statt Worte. Also von einer Drei-Personen-Gruppe, von einem Trio steht da nichts. Das so als Rückblick in die Geschichte. Mit Ausnahme von Menschen aus migrantischen Communities erkannte eigentlich niemand die rassistischen Botschaftstaten des NSU. Und das Desaster des NSU-Komplexes hat sich gleich aus verschiedenen Säulen gestützt, eben der Kontinuität rechten Terrors in Deutschland. Wir haben über 100 Jahre rechte terroristische Anschläge davor gehabt, gerade auch in Bayern, gerade auch in den Tatortstädten wie München oder Hamburg. Es speist sich aus dem gesamtgesellschaftlichen Rassismus, aus den rassistischen Ermittlungen, aus der rassistischen Medienberichterstattung, aus den Verstrickungen und Vertuschungen der Verfassungsschutzämter und natürlich auch großes Versäumnis der Nichtserschlagung rechter Netzwerke. In den Folgejahren ist allerlei analysiert worden. Also ich wehre mich massiv gegen so fatalistische Tendenzen wie da hat sich eh nichts geändert, da wissen wir doch bis heute nicht Bescheid, das ist doch alles unklar und dubios und nebulös. Ich halte das Gegenteil für richtig, es ist eine Menge analysiert worden und eine Menge recherchiert worden von Medienkolleginnen, von Antifaschistinnen und Antifaschisten, von Wissenschaftlerinnen, von Politikerinnen, in Ausschüssen, in Untersuchungsausschüssen, im Prozess von der Nebenklage, von den Betroffenen, ist eine Menge Wissen zusammengetragen worden und das müssen wir auch einfach ernst nehmen, das muss immer umgesetzt werden. Die Bedingungen, die Ermöglichungsstrukturen im NSU-Komplex sind rechte Ideologien wie Rassismus und institutioneller Rassismus, sind eine sozialräumliche Hegemonie von rechts, das begann schon mit dem Aufwachsen von Mundlos, Böhnhardt und Schäpe im rechtsgeprägten Jugendclub, Winzerklub. Die Bedingungen sind die Radikalisierung durch rechte Massenmobilisierung, beispielsweise in völkischen Protesten gegen Geflüchteten, Unterbringung. Die Bedingungen, zu den Bedingungen zählen die Neonazi-Netzwerke, zu den Bedingungen zählt die Unterschätzung der Rolle von Frauen in der Naziszene, die Aktivitäten von V-Personen, die Verstrickungen, Vertuschungen der Inlandsgeheimdienste und eben das Recht der Terror und Recht der Gewalt nicht adäquat wahrgenommen, analysiert und bekämpft wurden. Angela Merkel machte den Betroffenen 2012 ein großes Versprechen. Wir tun alles, um die Morde aufzuklären und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Daran, so sagte sie, würden alle zuständigen Behörden in Bund und Ländern mit Hochdruck arbeiten. Klaus-Dieter Fritsche, der für die Geheimdienste zuständige Kanzleramtsmensch, durchkreuzte das gleich im NSU-Untersuchungsausschuss, indem er sagte, es dürfen keine Staatsgeheimnisse bekannt werden, die ein Regierungshandeln unterminieren. Und jetzt ist eben die Frage, sind wir enttäuscht über die Nicht-Aufklärung oder sagen wir nicht viel eher, naja, die Aufklärung eines solchen Komplexes, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, das wird nicht von Behörden und Politik von selber passieren. Das wird erkämpft werden müssen. Zu dem, was natürlich in den letzten Jahren passiert wurde, das war ja auch in der Begrüßung zu hören, sind die 438-Tage-NSU-Prozess am Oberlandesgericht München zu zählen, selbstverständlich, und insbesondere die Arbeit, die dort zahlreiche betroffene Nebenklägerinnen, Nebenkläger mit ihren Nebenklagevertreterinnen und Vertreter wirklich engagiert über Jahre gemacht haben. Es gäbe da ein Wochenseminar zum NSU-Prozess. Der große Widerspruch ist natürlich die Engführung der Anklageschrift auf ein angeblich abgeschottetes Trio, mit dem jeglicher Blick auf andere Beteiligte natürlich außen vor blieb, auf Unterstützungsleistungen Mittäterinnen und Mittäter. Und das hat natürlich die Betroffenen verunsichert, weil es klar ist, da gerät nur ein kleiner Teil der Verantwortlichen Neonazis in den Blick staatlicher Repressionen. Das andere ist, was dann spätestens im Plädoyer von Antonia von der Behrens und Sebastian Schama vorgetragen wurde, es gibt ein Riesennetzwerk von menschlichen Quellen direkt in der direkten Umgebung des nationalsozialistischen Untergrunds-Kerntrios. Und die Behauptung, dass die Behörden leider nichts mitgekriegt hätten von den Aktivitäten des NSU, die stimmt einfach nicht. Also an ganz, ganz vielen Stellen haben auch Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter der Inlandsgeheimdienste berichtet. Aber aus diesen Berichten ist maximal eine Fahndungssabotage, die bei der Polizei passiert, aber von Geheimdienstseite ist nichts getan worden, um quasi die Mordserie dadurch zu stoppen, dass man das Trio festnimmt. Das Urteil des NSU-Prozesses war eine Enttäuschung auf voller Linie, weil es genau diese Engführung der Anklageschrift nicht durchbrochen hat. Das wäre ja möglich gewesen. Der Prozess war ja eine Fleißarbeit. Da ist ja sehr viel zur Sprache gekommen. Da hätte man auch ein anderes Urteil machen können. Das war eine nochmalige Engführung dieser Anklage. Und es wurden insbesondere auch offengebliebene Punkte einfach grundlegend negiert. Also die Länge des schriftlich abgefassten Urteils von über 3000 Seiten stimmen nicht mit einer Gesamtbetrachtung überein, sondern ist einfach einer krassen Wiederholung, ständigen Wiederholung in dem Urteilstext zu verdanken. Ja, und blenden wir mal um. Was heißt das heute? In welcher Situation befinden wir uns heute? Wir befinden uns in einer Situation, der nach 2011 eine Menge passiert ist. Wenn Sie an die Gründung der Alternative für Deutschland, der Völkischen Partei 2013, denken, und deren parlamentarischen Aufstieg sind wir heute in einer ganz anderen Situation, als wir uns 2011 befunden haben. Und rechte Strategien umfassen immer noch neben der Eroberung von Institutionen, der Verankerung in der Kommunalpolitik, den Propagandaaktivitäten und dem, was extrem rechte Metapolitik und Kulturkampf nennen, insbesondere die Ausübung von Terror und Gewalt. Rechte Straftaten sind auf einem Höhepunkt. Rechter Terror ist mit furchtbaren Attentaten weitergegangen. Und deswegen ist schon die Frage, sind die richtigen Schlüsse gezogen worden? Läuft es heute anders? Insbesondere, da wir heute verstehen, wie Radikalisierungsprozesse zum NSU geführt haben, ist es natürlich bitter, zum einen völkische, rassistische Radikalisierung zu sehen, wie beispielsweise in Chemnitz, wo Teil der AfD und Neonaziszene und der Bürgerinnen und rassistischen Bürgerinnen und Bürger dort große Aufmärsche veranstaltet haben. Aus denen klar war, da wird auch noch rechter Terror entstehen. Und auf der anderen Seite, wenn Sie jetzt zurückdenken an Aktivitäten aggressiver Pandemie-Leugnerinnen und Leugner, wo auch klar war, da wird Mord und Totschlag daraus entstehen, nach all dem, was wir aus dem NSU-Komplex analysiert haben. Und da sind wir halt immer hier in der Gegend, da sind wir immer hier in Bayern. Wenn man beispielsweise an den AfD-Bundestagsabgeordneten für den Landkreis München, Gerold Otten, denkt, der hat damals mit Björn Höcke und anderen den Aufmarsch in Chemnitz angeführt. Ein Beispiel für den rechten Terror nach dem NSU, der aber aus Ängste mit dem NSU-Komplex zusammenhängt, kann man die Ermordung von Walter Lübcke, Regierungspräsidenten in Kassel, nennen, sein Mörder Stefan Ernst ist rechtskräftig verurteilt und der ist seit den frühen 2000er Jahren in Kassel in der Neonaziszene bekannt. Die Nichtzerschlagung der Kasseler Naziszene hat ja nicht nur zur Ermordung von Halit Yozgat geführt, sondern es hat eine Menge neonazistischer Attentate damals gegeben im Raum Kassel. 2018 haben Antifaschistinnen und Antifaschisten eine riesige Recherche veröffentlicht über die Aktivitäten rechtstheoristischer Netzwerke wie Combat 18 insbesondere im Raum Kassel und nannten dort als gefährlichste Person Stefan Ernst. Er wurde aber nicht aus dem Verkehr gezogen, es ist überhaupt gar nichts passiert, die Behörden haben diese Recherchen bestritten, also die Relevanz dieser Recherchen, erst später ist dann Combat 18 verboten worden und Stefan Ernst ist nicht aus dem Verkehr gezogen worden und hat eben Walter Lübcke ermordet. Und es kam zum schlägerlichen Attentaten von Halle und Widersdorf am 9. Oktober 2019, wo wir eben sahen, dass vorhanden seine rassistische und antisemitische Ideologie hat seine terroristische Potenz überhaupt nicht verloren, ganz im Gegenteil. Der Attentäter hat auch noch seinen Hass auf den Feminismus als attentatsleitendes Motiv mitgegeben. Er hat das Attentat live gestreamt. Also das, was der NSU mit dem Bekennervideo gemacht hat, quasi auf der Medien Ebene des Jahres 2011 und davor, das ist dann halt 2019 auf der Ebene von Twitch Live Video App und Helmkamera passiert. Und es sind eine ganze Reihe anderer rechtstheoristischer Strukturen mit Bayern Bezug aufgeflogen, beispielsweise das internationale Netzwerk der Feuerkrieg Division. Bei der Feuerkrieg, die wissen, ist ein Mitglied aus der Oberpfalz, Fabian D., mittlerweile verurteilt worden für seine Aktivitäten darin. Er hat im Prozess in Nürnberg erzählt, dass da auch noch andere bayerische Täter aktiv waren, unter anderem aus München und Nürnberg. Nach denen haben die Behörden noch nicht mehr angefangen zu ermitteln. Man geht immer davon aus, dass wenn man ein, zwei kleine Täter hat, dann hat man das und um Netzwerke braucht man sich nicht kümmern. Es ist zu einem furchtbaren Attentat von Hanau gekommen, durch einen Täter, der früher in Bayreuth und München gelebt hat und der sich auf Verschwörungsideologien bezogen hat, auf Rassismus bezogen hat, was für ihn handlungsleitend war, der im Münchner Schützenverein, neben dem Frankfurter Schützenverein das Schießen gelernt hat. Da gäbe es auch einiges über die Bedingungsstrukturen des Halle- und Hanau-Attentats zu erzählen und diskutieren. Ich habe es aber mitgebracht, denn die Frage ist ja, wie wird sowas heute gesellschaftlich aufgenommen? Was passiert in diesem Land eigentlich? Ich habe ein Zitat mitgebracht von Michael Klonowski Mitarbeiter des AfD-Bundestagsabgeordneten Alexander Gauland. Klonowski wohnt hier in München und er schrieb auf seiner eigenen Website zum Attentat in Hanau Multikulturalismus kann tödlich sein. Er kitzelt aus Menschen, die diesem verantwortungslosen Experiment ausgesetzt werden, einen der elementarsten Instinkte heraus, das Revivierverhalten. Multikulti in Verwerfungsbestform ist der Bürgerkrieg zwischen ethnisch-kulturell auf einem Territorium zwangsvermischten Gruppen. Das ist der Grund, warum verantwortungsvolle Politiker wie Helmut Schmidt immer wieder darauf insistiert haben, es mit der Aufnahme von Fremden nicht zu übertreiben, die Integrationskraft der Aufnahmegesellschaft nicht zu überfordern, den Menschen nicht ihre vertraute Umgebung und die damit verbundenen Sicherheiten zu nehmen. Dann merken wir, da wird ein rassistischer Massenmord gerechtfertigt, da wird den Ermordeten auch noch die Schuld an ihrer Ermordung in die Schule geschoben. Das ist ja nur ein Beispiel, wir haben in München ja auch die schreckliche Geschichte des Attentats am Olympia-Einkaufszentrum, bei dem es auch ein jahrelanger Kampf, insbesondere der Hinterbliebenen und Einzelner Engagierte und der Stadt München war, dass das rassistische Motiv hinter diesem Massenmord endlich benannt wird. Es ist viel passiert, beispielsweise das Aufdecken großer rechter Netzwerke in den Sicherheitsbehörden, das war 2011 noch nicht der Fall, insbesondere durch das Aufliegen seines Falls, Franco Albrecht, der Soldat, der sich in Bayern als syrischer Geflüchteter hat registrieren lassen und gleichermaßen haben die Ermittlungen zu seinem Fall zu vielen rechten Netzwerken in Sicherheitsbehörden geführt, wenn sie an den Jet Süd denken oder an das medial bekannter gewordene Nordkreuz-Netzwerk. Dort hatten die Mitglieder detaillierte Planungen für die Ermordung von mehreren hundert Linken aus Mecklenburg-Vorpommern vorbereitet, sich schon Leichensäcke und Löschkalk gekauft. Das war 2019, also das ist jetzt nicht so, dass die terroristische Gefahr nach dem NSU abgenommen hätte. Manche beziehen sich auf den NSU, manche Extremrechte und manche nennen sich auch danach, wie eben im skandalösen Komplex um den sogenannten NSU 2.0, wo auf einem Frankfurter Polizeirevier persönliche Daten der Familie der NSU-Nebenklagevertreterin Felder Basahildis abgerufen wurden und anschließend Drohfaxe an sie verschickt wurden. Und ein anderes Beispiel, das ich noch mache, das ist Susanne Gemeiner-Zeitz aus der neonazistischen Partei Der Dritte Weg aus Mittelfranken. Sie ist mittlerweile noch nicht rechtskräftig verurteilt, weil sie terroristische Attentate vorbereitet haben soll. Und sie hat eine direkte Verbindung zum NSU, befreundet mit Ralf Vorleben dem NSU-Prozess verurteilten Waffenlieferant und sie persönlich war bei der Urteilsverkündung eine derjenigen, die da applaudiert haben im Gerichtssaal in München und die anschließend den nach dem Urteil im NSU-Prozess entlassenen André Eminger vom Knast in München-Stadelheim abgeholt hat. Also sie hat einfach terroristische Aktionen offensichtlich vorgehabt fortzusetzen und sie schickte Drohbriefe beispielsweise an den Landrat des Landkreises Nürnberger Land mit dem Inhalt Juden- und Ausländerfreund erschossen auf der Terrasse des Kroderhofes. Und ich habe es vorher schon gesagt, auch aus der Radikalität der Pandemie-Leugnerinnen und Leugner war leider fast schon zu erwarten, dass es sich auch in terroristischen Attentaten niederschlägt. Es hat eine Menge Brandanschläge, Bombenanschläge und Ähnliches gegeben, und dann nicht zuletzt den Mord am jungen Tankstellenmitarbeiter Alex W. in Ida-Oberstein. Der Täter mittlerweile verurteilt, ist sein Extremrechter gewesen, der aus seinen Sympathien für die AfD und auch auf Social Media wenig verborgen hat. Und schauen wir ganz aktuell in die bayerische Neonart-Szene. dann wird beispielsweise im Ansgar-Aryan versandt, aus dem oberpfälzischen Mantel dieses T-Shirt verkauft. Never surrender, no white flags, also gib niemals auf. Und die dort abgebildete Person ist Brandon Tarrant, der Attentäter, der in Neuseeland den furchtbaren Massenmord in der Moschee verübt hat, über 50 Toten. Also es gibt ein Abfeiern terroristischer Taten nach wie vor. Das ist nicht unterbunden hier in der Gesellschaft. Deswegen ist die terroristische Gefahr von Rechts natürlich noch mehr exponentiell gewachsen und nicht gesunken seit der Selbstentternung des NSU. Aber wie sieht die aktuelle juristische Aufarbeitung aus? Es gab nach dem Urteil im NSU-Prozess in München noch neun weitere Verfahren gegen namentlich bekannte Neonazis. Fünf davon sind mittlerweile eingestellt, weil entweder kein Tatverdacht vorläge oder da Verjährung eingetreten sei. Es sind noch nicht alle eingestellt. Vier Menschen kenne ich noch, die müssten noch ein Verfahren haben. Es gibt noch ein Strukturermittlungsverfahren, also gewissermaßen ein Verfahren gegen unbekannt für noch zu findende Täterinnen und Täter, aber ob da noch Ermittlungstätigkeiten stattfinden, da bin ich skeptisch. Also ob da noch viel passiert, ob da wirklich noch deutsche Neonazienetzwerke durchkämmt werden, das würde ich doch in April stellen. Die Verfahren gegen Berthe Zschäpe, das Urteil ist rechtskräftig, schon seit dem Sommer 2021, sie sitzt mit lebenslanger Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Kimnitz, auch das Urteil gegen André Iminger ist rechtskräftig seit einem Urteil des Bundesgerichtshofs im Dezember 2021, das Urteil gegen Ralf Wohleben ist rechtskräftig seit dem BGH Urteil vom August 2021 und er musste jetzt noch mal einrücken ins Gefängnis und seine Reststrafe von drei Jahren und vier Monaten abzusitzen. Auch das Urteil gegen Holger Gerlach ist rechtskräftig seit August 2021 der Mensch, der seine Revision zurückgezogen hat, da ist die juristische Aufarbeitung damit abgeschlossen. Der aktuelle Stand der parlamentarischen Aufarbeitung wurde schon erwähnt. Es hat Untersuchungsausschüsse zweimal im Deutschen Bundestag gegeben und dann in einer ganzen Reihe Bundesländer, die Tatortbundesländer waren, leider nicht in Hamburg bis heute. Und es hat im letzten Jahr ein zweiter Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag begonnen, der bis jetzt etwa zwei Dutzend Sitzungen hatte. Aufgrund der Landtagswahl, die schon am 8. Oktober stattfindet, aufgrund der Sommerpause und dass danach keine parlamentarische Sitzung mehr gibt, meines Wissens nach, ist mehr oder weniger in wenigen Monaten Schluss mit dem Programm dieses Ausschusses. Die Säulen, auf die sich dieser Ausschuss stützt, ist zum einen die Aufklärung und Beschäftigung mit dem sogenannten Taschenlampenattentat, das ich Ihnen am Anfang vorstellte, in Nürnberg, mit der Suche nach Verantwortlichen in lokalen neonazistischen Netzwerken, insbesondere in den Tatortstädten München und Nürnberg. Eigentlich sollte sich dieser Ausschuss den Aktivitäten des rechtsterroristischen Netzwerks von Platten Honor Combat 18 und der Hemmes Kins in Bayern widmen, das ist aber bisher noch nicht passiert und er soll sich insbesondere mit den Aktivitäten des V-Manns Ralf Marschner vom Bundesamt für Verfassungsschutz auseinandersetzen. Das hat auch noch nicht begonnen. Der Ausschuss hat sich aber schon in einigen Sitzungen mit dem Thema Tatortausstehungen in Bayern auseinandergesetzt, weil so eine Menge Tatorte vorgearbeitet waren, vorrecherchiert waren, mehrfach besucht waren, weil es handschriftliche und maschinenschriftliche Notizen gibt, weil es Routenplaner, Ausdrucke, Stadtpläne mit Einzeichnungen gibt des NSU in dem klar wird, die haben in mehreren bayerischen Städten, auch in solchen, in denen es nicht zu Attentaten gekommen ist wie Erlangen, massiv Ausspähungen betrieben. Auf der einen Seite sind es Einrichtungen und Läden, die aus rassistischen und antisemitischen Motiven angegriffen werden können. Das sind sehr, sehr viele jüdische Einrichtungen. Auf der anderen Seite sind es auch Politikerinnen und Politikerbüros mehrerer Parteien und auch Waffenläden, die hier massiv ausrecherchiert werden. Eine der offenen Fragen ist der von mir schon erwähnte V-Mann des Bundesamts für Verfassungsschutz, Ralf Marschner. Der wichtigste Neonazi in Zwickau, als der NSU in Zwickau untergekrochen war. Und anders als die Bundesanwaltschaft und die Polizei behaupten durchaus mit einer Menge Verbindungen nach Nürnberg. Hier hat er unter anderem Geschäftsverbindungen zur Firma Troublemaker in Nürnberg unterhalten. Er war aber auch Fußballfan des 1. FC Nürnberg und schon allein deswegen alle zwei Wochen in der Stadt und auf eine vielfältige Art und Weise mit der bayerischen Neonaziszene verbandelt. Es ist nicht denkbar, dass er von der Unterbringung des NSU-Netzwerks in der Stadt Zwickau nichts mitbekommen hat. Da war er einfach die zentrale Dreh- und Angelfigur. Sein wichtigster Mitarbeiter hat direkt gegenüber des Unterschlups des NSU gewohnt. Die müssen ja schon allein zufällig auf der Straße und beim Einkaufen getroffen haben, ganz zu schweigen von einer tatrelevanten Unterstützung. Es ist in seinem Neonazifansehen gewesen, dass Artikel erscheinen konnten, die dem NSU zugeschrieben werden, nach Gutachten wie Pressefreiheit das Recht zu lügen und in dem Heft, das nur so als Beispiel, um mal die Verbindungen zu zeigen, grüßt er die wichtigen Neonazial- und Rocker-Aktivisten aus Nürnberg, wo er doch gar keine Beziehungen nach Bayern haben soll. Er hatte eine Baufirma auch noch betrieben, die auf jeden Fall in München und Nürnberg Baustellen hatte und jetzt wird es eben besonders interessant, eine der Baustellen auch zur Tatzeit des Mordes an Habel Kilitsch in München am Isering, Englischer Garten. Das ist ausgerechnet ein Mordfall, für den es keine korrespondierende Wohnmobilanmietung des NSU gibt, aber bei derselben Autovermietung hat für diesen Tag eben die Baufirma von Ralf Marschner ein Auto nach München gebucht und gefahren, wie aufgefundene Mietvertrags finden. Das sind ein Beispiel nur für viele offene Fragen, die sich zum Thema NSU und Nürnberg und NSU und München stellen. Der Ausschuss hat sich schon ein bisschen mit Franz Glasauer und dem neonazistischen Patria-Versand in Landshut beschäftigt. Franz Glasauer damals auch wichtiger Republikaner und Funktionär. Denn der Patria-Versand ist die einzige rechte Institution in Deutschland, die die NSU Bekenner DVD bekommen hat, nach momentanem Stand der Ermittlungen. Es ist schon interessant, warum der Patria-Versand in Landshut bestehen. Der Ausschuss war leider nicht in der Lage, Franz Glasauer so zu befragen oder sich so vorzubereiten, dass da was für Wertbares herausgekommen wäre. Der letzte Punkt, den ich ansprechen will, der ist mir fast der Wichtigste. Es stellen sich Fragen nach den Aufklärungsmöglichkeiten für uns, also jenseits des Blicks und der Forderungen an Behörden und Justiz. Welche Möglichkeiten hat die Gesellschaft zu reagieren, zu ändern, Aufklärung einzufordern und es stellen sich Fragen der Gedenk- und Erinnerungspolitik. Also wie schaffen wir es, dass die Fälle nicht vergessen werden, dass die Betroffenen und ihre Perspektive hier weiter Raum findet und dass die Beschäftigung mit dem NSU-Komplex nicht aufhört. Da gibt es beispielsweise eine Serie von Veranstaltungen in den letzten Jahren, die sich NSU-Tribunal oder NSU-Tribunale nennt, beispielsweise in Köln, letztes Jahr in Nürnberg. Zum Kölner Ausgabe hieß es hier von einem der Veranstalter, die Betroffenen des NSU-Komplexes nehmen den Kampf um den demokratischen Impuls in die eigenen Hände, sie verschaffen sich ungebührliches Gehör, wo sie eigentlich zum Schweigen aufgefordert werden, sie reden, sie treten auf, demonstrieren, schreiben Bücher, spielen Theater, geben Interviews, stellen Forderungen auf, gedenken öffentlich, sie zeigen sich und treffen und verabreden sich. Ich bin aktiv in der Initiative NSU-Watch. Zum 10. Jahrestag der Selbstenttarnung des NSU veröffentlichten wir ein Statement, in dem es heißt, 10 Jahre Wissen um den NSU-Komplex heißt, hier im unteren Absatz, angesichts offener Fragen und verschleppter Aufklärung nicht resignieren, sondern das vorhandene Wissen nutzen und solidarisch handeln. Also, nochmal, wir haben viel Wissen über den NSU erkämpft und erarbeitet. Der NSU-Komplex ist nicht aufgeklärt, daran halte ich trotzdem fest, obwohl wir heute viel mehr wissen als 2011 über das gesamte Thema. Ich erinnere nur daran, dass Angela Kalex, die leider verstorbene Rechtsanwältin aus der NSU-Nebenklage schon vor Beginn des NSU-Prozesses ankündigte, wir werden nicht zulassen, dass die Aufarbeitung darauf beschränkt wird, die Verantwortung ausschließlich einigen Einzeltätern zuzuschreiben und alle anderen ungeschoren davon kommen lassen. Da sind wir den Opfern und Angehörigen schuldig. Jetzt noch die Frage, wie können Städte, Gemeinden, wie können wir alle solidarisch erinnern an die Ermordeten und wie können wir den Skandal, also die Wunde NSU, offen halten? Da stellen sich natürlich jetzt Fragen zum Umgang mit Erinnerung und Gedenk Politik. In München beschäftigt sich die Professorin Gabriele Fischer von der Hochschule München sehr stark mit Gedenk und Erinnerungspolitik, insbesondere auch an den Beispielen NSU und Attentat am Olympia-Einkaufszentrum München. Das heißt bei ihr in einem Text Undoing Memory, warum so ließe sich Fragen, wird das Erinnern an die Opfer rechtsextremer Taten nicht oder nur so wenig zum Bestandteil des Erinnerungsdiskurses in Deutschland? Welche sind die gesellschaftlichen Kontexte, in denen Erinnern sich entwickelt? Wer sind die AkteurInnen? An welche Diskurse wird angeschlossen und was wird wie in dem jeweiligen Erinnern repräsentiert? Da ist in München noch viel zu tun. In der Münchner Stadt ist es noch ambivalent und unausgegoren. Wie an die Morde in Habil Kilic und an Theo Bulgaridis gedacht wird. Es gibt Gedenkveranstaltungen jedes Jahr im kleineren Maßstab, aber jetzt nicht städtisch, im kleineren Maßstab an den Tatorten. Es gibt die Thematisierung der NSU-Morde im Münchner Stadtmuseum. Es gibt von lokalen Aktivistinnen und Aktivisten kleine Aktionen zum Gedenken in der Mordung von Theodoros Bulgaridis. Aber hier ist noch ein Feld zu beackern. Von einer anderen Initiative der Webdoku Todesopferrechter Gewalt in Brandenburg habe ich ein Zitat mitgebracht, das vielleicht Grundlage sein könnte für entsprechende Überlegungen in München. Es heißt hier, Zitat, Erinnern bedeutet viel mehr als nur nicht zu vergessen. Es umfasst auch mehr als bloße Betroffenheitsgesten an Jahrestagen. Erinnern bedeutet, die Getöteten zu würdigen, ihnen ihre Namen zurückzugeben und die Taten anzuklagen. Und Erinnern meint, aus Fehlern zu lernen, um sie nicht zu wiederholen. Aufzuklären und einzugreifen, anstatt wegzuschauen und wegzuhören. Eine aktive Erinnerungskultur ist mit dem Heute verbunden und deutet das Vergangene mit Blick auf die Zukunft. Denn würdiges Gedenken ist gleichzeitig eine Mahnung. Eine Mahnung, sich mit den Ursachen der Taten mit Rassismus, Sozialdarwinismus, mit Antisemitismus und Neonazismus auseinanderzusetzen und ihre mörderischen Auswirkungen sichtbar zu machen und sie zu bekämpfen. Alle weiteren Informationen gebe ich Ihnen gerne, wenn Sie danach Fragen und Fragen stellen. Ich bedanke mich für Ihr langes Durchhalten. Sie sind von mir subjektiv kurzen Einblick in den Gesamtkomplex NSU. Weitere Informationen finden Sie auf der Website, auf dem Twitter-Account und dem Instagram-Account meiner Initiative, in der ich mitarbeite, NSU-Watch. Das ist im Internet www.nsu-watch.info. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Andriesch, erstmal für diesen tollen Vortrag, der nochmal die ganzen einzelnen Punkte nochmal wirklich in die Erinnerung zurückgeholt hat. Ok, Holger Schrauben können zu das ,